INTRO Yo was geht ab Leute? Mischa hier und Hello People Ich bin auch anwesend Special guest Patrick hier am Start Und zwar habe ich ihn hier mitgebracht heute Weil ich einfach auch mal seine Meinung wissen wollte Wir haben uns übrigens jetzt noch nicht mal besprochen Er weiß nicht mal was ich bringen werde Ich mache mir hier immer so eine Liste Mit Themen die mir so am Tag einfallen Oder auch wenn ich zum Teil eure Kommentare lese Auf Instagram Auf Facebook Und heute Leute gibt es mal wieder ein Rant Das heißt ein Rant ist Ich muss heute was ein bisschen lästern Aber in erster Linie will ich eigentlich nicht die negativen Leute adressieren Sondern ich will euch adressieren Euch besonders die jungen Leute hier Denn mir ist das aufgefallen Das mich einfach kratzt Und zwar ist mir das aufgefallen seit der letzten Fieber Leute Ich lese immer wieder von Leuten Die schreiben auf Instagram Oh jetzt kommen wieder die ganzen Kids an die Fieber Die ganzen Lauchs Oh die ganzen dünnen Also weißt du so von Leuten die das einfach aufregt Die so behaupten so Oh vor ein paar Jahren war die Fieber noch viel cooler Da war noch Phil Heath im Mittelpunkt Da waren noch die ganzen Royd Hats im Mittelpunkt Die ja mittlerweile niemand mehr sehen will Weißt du Und ich will einfach in erster Linie mal euch Besonders eben den Jungen hier Die ja zum Teil hier verspottet werden Leute lasst euch von dieser Scheiße Bitte Bitte nicht beeinträchtigen Ich habe das schon mal in einem Video erwähnt Nach der Fieber Als ich eben diese Hates gelesen habe Oh ihr habt ja nur die jungen Fans Die sind ja alle 60, 70 Kilo schwer Leute erstens mal hat jeder mal angefangen Jeder ist mal frisch am Start Und genau das ist ja der Grund Wieso wir mittlerweile so weit sind Weil eben auch Leute im Alter von 15 Sogar von 14, 16 Sich bereits jetzt mit dem Thema Fitness auseinandersetzen Das heißt was wir hier machen Oder was wir hier haben Ist eigentlich eine Art Revolution schon fast Statt mit 15, mit 16 sich zu besaufen Sich irgendwelchen Shit reinzufahren Sich irgendwelche Big Macs und Schweinsbraten reinzuziehen Fangen die Leute bereits mit 15, 16 an sich über Ernährung zu informieren Über Training zu informieren Und mich persönlich macht das extrem stolz Als einer der Missionare in diesem Spiel Als einer der der vor 4 Jahren Oder vor 3 Jahren sich entschlossen hat Mit meinen Ergebnissen Mit meinem Wissen an die Öffentlichkeit zu kommen Und wenn ich dann lese oder höre Von Leuten die genau diese Zielgruppe Die wir damit adressieren Dass die runter gemacht werden Dann denke ich manchmal frage ich mich wirklich Haben diese Leute überhaupt noch Wissen die überhaupt noch wie sie damals angefangen haben Sie hatten vielleicht damals ein anderes Vorbild Vielleicht kein YouTuber Sondern irgendeinen Flex Magazine Star Irgendeinen Ronnie Coleman Irgendeinen Doreen Yates Aber jeder hier hat mal mit den 40 Kilo auf der Bank angefangen Und genau diese Leute die jetzt schon länger trainieren Sollten sich mal überlegen Was sie eigentlich hier für eine Scheiße rauslassen Hier die Jungen die noch nicht so erfahren sind Die das gerade am Lernen sind zu demotivieren Genau diese Leute sollten es eigentlich besser wissen Und verdammt nochmal den Leuten unten helfen Man soll den Leuten die schwächer sind helfen Leute Das mache ich schon seit mehreren Jahren Das macht Patrick auch sehr bewusst Deswegen haben wir zum Beispiel auch das Spendenprojekt in Kambodscha aufgezogen Um den Leuten zu helfen die noch weiter unten sind Mit euch zusammen Das heißt wir wollen nicht nur durch unsere Videos euch inspirieren Und euch helfen Sondern wir wollen euch gleichzeitig auch unsere Einstellung weitergeben Das heißt jedes Mal wenn ihr ein Pro-Pro-Hody kauft Jedes Mal wenn ihr ein Pro-Pro-Bändchen kauft Wenn ihr ein Pro-Pro-Kitchen Accessoire kauft Wenn jetzt dann richtig geile Sachen noch folgen Dann spenden wir dieses Geld für euch Gleichzeitig auch an das Projekt das wir selbst aufgezogen haben Und auch das wird dann irgendwann realisiert Das heißt Leute Wenn ihr jetzt Sag ich jetzt mal schon seit ein, zwei Jahren trainiert Ihr habt langsam die guten Gains gemacht Ihr habt euch ein Paket reingezogen von uns Vielleicht auch nicht Vielleicht habt ihr es auch selber geschafft Einen guten Personal Trainer im Studio Und ihr seht Dass ein paar junge Leute ins Studio kommen Wie ihr vor zwei, drei Jahren auch einer wart Und ihr seht die Leute checken es noch nicht Dann lacht bitte nicht über die Macht diese Leute nicht runter Sondern helft ihnen Gebt ihnen gute Quellen Wie zum Beispiel unsere Kanäle an Gebt ihnen Lektüre die ihr gelesen habt Gebt ihnen euer Wissen weiter Und ihr werdet merken Dass das eines der schönsten Gefühle ist Wenn diese Personen dann ein paar Wochen später wiederkommen Und sich bei euch bedanken Und macht diese Leute nicht runter Nur weil sie vielleicht noch keinen 40er Ärmel haben Nur weil sie vielleicht noch keine 100 Kilo auf der Bank drücken Denn wie gesagt Start it from the bottom Jeder muss mal von unten anfangen Und das ist mein Rant Leute Das heißt es gilt jetzt nicht für die ganzen Haters Denn die sind mir mittlerweile sowieso scheiße egal Das geht jetzt mehr so als Aufforderung an euch Lasst euch die Scheiße nicht erzählen Lasst euch nicht runter machen von diesen Pissern Sondern zieht euer Ding durch Genau so habe ich es auch gemacht Vielleicht wirst du noch was dazu sagen Auf jeden Fall Ich kann eigentlich das bestätigen Was du sagst Nur ich nehme Ich nehme Ich nehme dieses negative Negatives Geschwätz nenne ich es jetzt mal Ja Nehme ich eigentlich gar nicht wahr oder Ich konzentriere mich lieber auf das Positive Ja Und ich finde es einfach super cool Dass Leute bereits heutzutage mit 14, 15 anfangen zu trainieren Wenn ich denke meine Generation Die haben mit 14, 15 am Bahnhof rumgehangen Wir haben scheisse gemacht auch Ja ich war immer der Einzige der Neben dem Ganzen Ich habe auch viel Scheisse gemacht Aber neben dem immer noch Knallhart ins Training ging Und heute bezahle ich den Preis dafür Ich habe in meinem MS Einen guten Body am Start So wie ich ihn eigentlich gerne haben möchte Heute erntest du deinen Preis dafür Heute ernte ich Genau das ist richtig Ich ernte ihn Und ich finde es schön Wenn ich Leute Vor allem sehr junge Leute sehe Die diesen Sport leben und trainieren Richtig hart Weil diese Leute Die machen sich schon im frühen Alter Auch Gedanken über die Gesundheit Ja Über den menschlichen Körper Über Geistkörper Und das ist interessant Weil diese Leute sind dann auch Und das sagen wir immer In der Regel Das kannst du mir sicher bestätigen Ja ja Entwickeln sich dann auch viel viel schneller Genau Und der Punkt ist der Auch mental Auch mental Ich habe es bei der FIBO gesagt Und ich werde es auch an der FIBO in diesem Jahr sagen Wir haben einen krassen Stand mit Prober Army Und da könnt ihr euch einiges gefasst machen Und ich werde es auch dort wieder sagen Wir Die junge Gesellschaft 14, 15, 16, 17, 18, 19 Wir Wir sind die Zukunft der Gesellschaft Versteht ihr? Irgendwann Seid ihr diejenigen Ihr seid Eltern irgendwann auch Ja Ihr seid Eltern Ihr seid irgendwann in der Politik Ihr seid irgendwann vielleicht Geschäftsführer von grossen Unternehmen Oder an der Spitze im Sport oder sonst irgendwo Ihr seid die Zukunft Wir sind die Zukunft Und alle älteren Leute Die lästern über die jungen Kinder Ja 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 Ich weiss nicht Aber entweder haben die selbst Die haben bestimmt selbst keine Kinder Selbstzweifel Selbstzweifel Ja selbstzweifel Vielleicht Ich weiss nicht Aber ey Das ist eine neue Generation Die heranweist Und das ist eine gute Tendenz Weiss du ich denke auch Ich selber Ich bin ja soweit Ich habe auch gelernt Empathie zu entwickeln Für solche Leute Ich mache dieses Video jetzt explizit Ich finde das auch schön Dass Patrick das sagt Dass er das gar nicht mehr wahrnimmt Diese negativen Sachen Und das ist der zweite Schritt Aber genau deswegen Muss ich ja dieses Video machen Um euch entsprechend auch auf diese Bahn zu bringen Dass es euch irgendwann scheißegal ist Was die anderen sagen Ich weiss aber Dass es einige von euch noch verunsichert Und deswegen bringen wir jetzt dieses Video Aber eben Ich empfinde auch die Empathie Für diese In Anführungszeichen Sagen wir jetzt mal Hater Weil die ja schlussendlich Vielleicht Vor 10 Jahren halt Nicht über dieses Wissen Oder dieses Medium Verfügen konnten Die hatten nicht die Möglichkeit Sich die Infos ranzuholen Die haben dann entsprechend Einfach vielleicht Sich den Stoff reingefahren Ein paar Jahre Und sind dann vielleicht Irgendwo mal Süddeutscher Meister geworden Oder regionaler Meister Und mittlerweile interessiert Das halt keinen Schwanz mehr Das ist eben das Krasse Diese Wettkämpfe Sind halt nicht so Nicht mehr so anerkannt Wie sie mal waren Oder sind nie anerkannt gewesen Das heisst die Leute Haben zum Teil Die ja auch aufs falsche Pferd gesetzt Ich meine ich kenne das auch selber Als ich das erste Mal Schweizer Meister wurde In 2011 Da war das noch nicht so ein Hype Da dachte ich Ich meine gleich zu diesem Jahr Letztem Jahr Patrick Das hat die halbe Schweiz Das mitbekommen Dass er da was gerissen hat Und bei mir war das wirklich so Ich bin am nächsten Morgen In die Bäckerei gelaufen Es hat keinen Schwanz mehr interessiert Richtig Und genau das Richtig Und dann muss ich noch was sagen dazu Genau das ist der Punkt Bro du sagst Und das sehen wir auch Ein bisschen als Aufgabe Als Pro Bro Army Diesen Sport mehr in die Gesellschaft zu integrieren Und halt eben ein Athlet Der deutsche Meister Oder österreichische Meister Schweizer Meister Egal was Ein Athlet Der sich hart auf eine Diät vorbereitet Der auf der Bühne steht Eine gute Form hat Der soll dafür auch in der Gesellschaft anerkennen Wenn er das will Wenn er das will Und für das sind wir da Da versuchen wir Athleten mit dem Sponsoring Und so weiter mit Auch zu managen Ja Und das Das sehen wir einfach unsere Aufgabe Wir fühlen uns dazu verpflichtet Ja Weil wenn es wir nicht machen Wer macht es dann? Gar niemand Und der Sport Der kommt dann einfach zu kurz oder Genau Für das stehen wir unter anderem Nicht nur für das Aber auch für das Und genau deswegen Leute Wird dieses Jahr mit FIBO Wieder Eskalation herrschen Die Leute werden bei uns im Staat sein Und alle denen es nicht passt Die haben halt Pech gehabt Das heisst Join the movement Join Pro Bro Army Keep going Und ich danke euch Für eure Aufmerksamkeit Leute Habt ein gutes Training Schönen Abend noch Bis zum nächsten Mal Danke fürs Einschalten Peace out Bye Bis zum nächsten Mal Bis zum nächsten Mal Bis zum nächsten Mal.